Saisonauftakt für den TUS Haltern am See. Nach einem spielfreien ersten Spieltag empfängt das Team von Trainer Timo Osthoff den TUS Erntebrück Haltern in der vergangenen Saison. Nach dem Abbruch der Regionalliga West hätten sie auch in dieser Spielzeit ein Startrecht gehabt. Das Ganze wäre allerdings mit einem erheblichen Mehraufwand verbunden gewesen. So ging es eine Liga runter. In der Oberliga Westfalen will das Team aus der Seestadt in den weißen Trikots nach dem Vorbild von Athletic Bilbao jetzt für Furore sorgen. Genau wie beim spanischen Klub sollen alle Spieler aus der Region kommen. Schon jetzt sind es über drei Viertel. Der Gegner aus Erntebrück von rechts nach links hat den Saisonstart bis hierhin ziemlich vermasselt. Nach einer unglücklichen Niederlage gegen Siegen gab es unter der Woche im Kreispokalfinale eine Niederlage gegen bezirksligist Germania Salchendorf. Er sah mit dem ersten guten Abschluss der Partie das Selbstvertrauen könnte derzeit größer sein. Das Spiel vom Startwerk Temporeich. Beide Mannschaften zügig auf dem Weg nach vorn. Schick setzt Oerther gut in Szene. Der Halterner Topstürmer im letzten Moment noch gestoppt. Den Gästen war anzumerken, dass sie etwas gut zu machen hatten. Lars Schartz kein schlechter Abschluss. Die 250 Zuschauerinnen und Zuschauer an der Stauseekampfbahn bis hierhin gut unterhalten. Nach 45 Minuten allerdings noch keine Tore. Nach dem Seitenwechsel die Gäste mit viel Elan im Vorwärtsgang. Wieder Schartz schön in Szene gesetzt, aber Güzel mit einer guten Reaktion. Ahmad Ibrahim vergibt den Nachschuss. Die Hausherren in Halbzeit 2 besonders nach Standards gefährlich. Fukuchi klärt es in höchster Not vor dem einschussbereiten Radlmacher. Der lange Ball raus, dann zu unpräzise für einen gefährlichen Konter. Nächster ruhender Ball. Nils Eisen ganz weit raus. Auf Schick nochmal klug abgelegt. Auf den eingewechselten Brinkert viel Platz im Strafraum, aber die Flanke dann doch deutlich zu hoch für den Kopf von Oerter. Die klareren Offensivaktionen. Allerdings nach wie vor auf Seiten der Gäste immer wieder Schart. Sehr aktiv diesmal rausgelegt auf Ibrahim, der seine Beine da nicht komplett organisiert bekommt. Nächste etwas unglückliche Aktion des 25-jährigen Stürmers. Auf der anderen Seite taten sich die Halterner etwas schwer, ihren torgefährlichsten Mann in Szene zu setzen. Ganz selten. Oerter mit so viel Platz wie hier tunste mir im letzten Moment dazwischen. Wenn was ging, dann nach wie vor meistens über Standards. Radlmacher per Kopf und Jonas Brammen Fisch stehen gerade so aus dem Eck. 80 Minuten gespielt. Knapp. Brinkert mit sehr viel Raum im Mittelfeld nimmt Kaiser mit. Die Flanke, die ist dann punktgenau. Oerter scheitert, aber Brinkert ist da. Räumt auf 1-0 Haltern. Patrick Brinkert in der vergangenen Woche noch für die zweite Mannschaft von Haltern auf dem Rasen. Belohnt sich für eine starke Joker-Performance. Er ist eines der Gesichter des neuen Halterner Wegs und zahlt das Vertrauen von seinem Coach Ostdorf sofort zurück. Die Flanke ist richtig gut, aber die Parade von Bramme, die ist eigentlich überragend. Brinkert aber, der läuft durch und steht dank Gold richtig. Bitte natürlich auf der anderen Seite für Erntebrück kein schlechtes Spiel der Gäste, aber nach dem Gegentor ohne klare Gelegenheiten auf den Ausgleich. Im Gegenteil, Haltern noch mit den Möglichkeiten, einen Treffer nachzulegen. Am Ende passierte aber nichts mehr. Patrick Brinkert, der Mann des Tages, sorgt für einen gelungenen Auftakt seiner Mannschaft. Sein Trainer bei uns am Mikrofon mit der Analyse der Partie. Ja, erstmal total erleichtert, muss man ganz klar so sagen, dass sich die Jungs dafür belohnt haben. Ich glaube, wir mussten heute eine Menge Aufwand betreiben. Wir waren in der ersten Halbzeit mit ein paar Sachen nicht ganz so zufrieden. Die haben wir angesprochen, Passspiel im letzten Drittel, Überzeugung im letzten Drittel und das haben wir in der zweiten Halbzeit deutlich besser gemacht. Haben immer daran geglaubt, haben immer wieder gepusht, auch die Jungs von außen und das haben wir wirklich gut gemacht. Es wäre besser gewesen, wenn wir die eine oder andere Chance vielleicht noch ein bisschen früher genutzt hätten, aber alles in allem sehr, sehr stolz auf die Mannschaft. Erntebrück verliert auch das dritte Spiel innerhalb von acht Tagen. Für den Tusshaltern dagegen läuft's. Erste Spiel, erster Sieg, das Projekt Athletik Bebau lässt sich gut an. Und hier dritte located. Bis zum nächsten Mal.